Musik Herzlich Willkommen freundlich zum einmeldevideo zum 33. mkw cup wahnsinn und wir haben einmal scottchen ausgewählt am wochenende bzw der funky kong 2001 lp hat sich das scottchen ausgesucht auf die frage was war die frage nochmal genau wie welche farbe hat der cap anzug bei super mario world für den sns und zwar war die richtige antwort gelb und das hat er richtig beantwortet und hat sich deshalb den knochenborser als maskottchen gewünscht dieser ist auch drangekommen man sieht es und ja 33. mkw cup es gibt was zu gewinnen übrigens der funky kong 2001 lp ist auch mein gast am freitag deswegen krass zwei sachen gleich abgeräumt der gast und das maskottchen gewählt wahnsinn übrigens wer nächste woche das maskottchen wählen möchte sollte wieder den ersten part gut verfolgen und auf die frage achten die stelle und sie richtig beantworten und kommen wir direkt zum preis für den 33 mkw cup es gibt aufgepasst einen lilan powerpilz im plush also hier coole sache und wer bock hat am freitag um 20.30 zur gewohnten zeit gibt es den mkw cup und ja außerdem stimmt außerdem video heute zum mkw cup haben wir auch noch ein ich bzw ich und Antti haben ein video zu unserem weihnachtsturnier das kargert weihnachtsturnier hochgeladen bzw freigegeben 17 uhr schaut da auch gerne auch mal vorbei und guckt ob ihr euch vielleicht dort registrieren wollt ob ihr da bock habt mitzumachen auf jeden fall diese woche mkw cup danach das wochenende kein mkw cup aber das weihnachtsturnier und die anmeldefrist liegt glaube ich also bis sonntag nächste woche also diesen sonntag und ja was soll ich noch sagen mkw cup und haut richtig rein staubt die preise ab hier für den ersten und wer bock hat schreibt sich unter das video die ersten 10 sind dabei was soll ich sagen macht's gut bis später und so